so schaut mal her zum thema zierleiste gürtelleiste das passiert wenn man das nicht ordentlich macht ja wie jetzt in meinem fall hier ist die aussparung wo dieser clip diese diese nase der haltebügel da rein kommt den habe ich nicht richtig eingehakt und somit ist ja auch vorne aus dem aus dem einen clip wieder raus der hält es nur noch da vorne an dem mit der mutter mit dem gewinde vorne dran das muss ich jetzt noch mal machen schlampige arbeit da mache ich mir jetzt gleich ran so heute schauen wir uns die sicherung an unserem 107 dazu nehme ich jetzt im beifahrerraum nämlich die fußmatte raus und dann kommen wir an unseren sicherungskasten bis gleich so wir sind jetzt im fußraum vom beifahrer hier befindet sich unsere sicherungsklappe und sicherungskasten an der rechte wand macht jetzt die klappe hier weg dann haben wir hier im deckel spielt es nachher noch ein die verschiedene funktionen der einzelnen sicherungen und hier unten sind unsere sicherungen und hier unten ist die nächste Vielen Dank.